Das Heuzin, eine Bergbauernarbeit, die nahezu in Vergessenheit geraten ist. Einige Männer aus dem Xirsertal lassen diese Tätigkeit noch einmal aufleben. Verbunden mit allen Mühen und Strapazen. Es ist schon eine Sache. Da muss man schon bei der Sache sein. Es ist schon auch körperlich, man kennt es schon. Die Heizierger von Xirs. Von der Bergmacht bis zum Heuzin. Die Dokumentation demnächst auf Rai Südtirol.